Musik Okay, Sie fahren jetzt extrem vorsichtig da vorne auf den Kundenparkplatz des Supermarktes, stellen Ihren Wagen ab und gehen zu Fuß weiter oder nehmen sich ein Taxi. Danke. Ich merke mir Ihr Kennzeichen und sehe nachher nach, wenn wir ja fertig sind. Sie wurden verprügelt, ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich war in meinem Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gevögelt. Zufrieden? Geh! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.